Dieses Motoren geben wir in unserem Autoreisen-Programm ganz persönlich. Starten wir unsere Reise mit einem neuen Angebot in Österreich. Der Reiterhof Pichler zum Familienpreis. Der Club pro Familie gibt es ein Honey gratis, mit dem die Kids während der ganzen Zeit reiten und spielen können. Geschmackte Betreuer stehen nun nicht nur beim Ausritt mit Ferdinand zur Seite. Immer noch ein Lieblingsprodukt unserer Autoreisen-Experten ist das Hotel Gartner Co. Hier werden Ihre Kunden von Kumpel-Blocken geweckt. Ein Feature, das Family Special mit täglich freiem Eintritt in den Erlebnispark und das Strandwerk. Auch im Richtung Süden, im neuen Italien-Katalog mit Flughoch-Ortoteile, finden Sie den Flugbereich, um in das Arnena-Resort in Surakos zu ziehen. In der traumhaften Anlage sind Spieleversteckung und Tomen garantiert. Und danach kann sich verweilen, warum die Möbel eigentlich auch ein Lieblings-Tipp unserer Experten Club Village and Residence and Hotel-Üssos bei Fia Romer. Ein paradisender Adria für Sportler und Aktiv. Jede Menge Sportangebote sind im Preis inklusive. Wir sind Familien, natürlich auch in Deutschland. Ein Highlight hier, das Seehotel Potsdam. Kennen Sie vielleicht schon, doch im Sommer 2013 gibt es hier den unschlagbaren Familienpreis. Das Potsdamer Wassertaxi hält direkt am Hotel und bringt Ihre Kunden bis zur Innenstadt und zu den Schlüsseln. Der zweite Tipp, das Hotel Henkelhof in Wilhelm, ein Landhotel mit eigen angegliedertem Bauernhof. Kinder können zum Beispiel morgens helfen, die Kühe auf die Weide zu bringen. Das wird ein Urlaub, den der Nachwuchs so schnell nicht vergisst. Wir sind Familie. Machen Sie Ihre Kunden zufriedener und sorgen Sie für harmonische Übungen mit dem Rebo-Touristik-Sommer 2013. Natürlich hören wir auch aus.